Ich wollte, dass die Leute alle offen sagen, dass sie es nicht richtig finden. Und ich wollte auch, dass ich es sagen kann. Als ich wie der Himmel war, überm Rosenstrauch, setzte mancher sich und sprach, Rosen blühen auch. Und so weiter und so fort, so sprachen wir immer am wahren Text vorbei. Die alten Männer tanzen nicht mehr. Sie heißen mit ganzlichen Vornamen. Mit Timo Higiene. Auch Freunde, bitte einfach. Mit Timo Higiene. Sie schweben, sie sehr. Worte sind gut genug. Fragezeichen.